Die EMK hat mich interessiert, um einfach mal mich zu informieren und die Möglichkeiten vom Internet-Marketing überhaupt kennenzulernen. Ich bin absoluter Neuanfänger und auch zum allerersten Mal hier. Aufzusaugen, was man schnappen kann. Und davon hat es richtig viel gegeben. Es ist nicht nur Technik, die gezeigt wird, sondern hauptsächlich Inhalte. Was überraschend war, dass nicht die Technik voll im Mittelpunkt steht, sondern auch ganz viele Metallaspekte angesprochen wurden. Das hat mich sehr positiv überrascht. Ich dachte, es wäre nur Maschinerie, Technik, aber es ist deutlich mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.